Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forell und in diesem Video möchte ich dir eine Komplettanleitung geben, wie du mit Digistore24 endlich Erfolg hast und Geld verdienst. Und du fragst dich natürlich mit Sicherheit jetzt, wie soll das gehen? Wie kann ich das umsetzen als absoluter Anfänger? Vielleicht ist es dir auch schon so ergangen, dass du schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast und hast vielleicht sogar auch schon mal in Werbeanzeigen oder sowas investiert und relativ schnell festgestellt, dass das Geld relativ schnell wieder weg war und keine Einnahmen bei Digistore24 gekommen sind. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und deswegen möchte ich mich mit dir auf die Suche begeben nach Möglichkeiten, wie du eben bei Digistore24 endlich erfolgreich bist und endlich Geld verdienst. Von daher, lass uns jetzt starten mit der Komplettanleitung, die ich dir zeige, in Kürze und wie du dann wirklich sofort, am besten in den nächsten Tagen, damit Geld verdienst. Wie musst du also vorgehen? Generell, Digistore24 ist ja ein Handelsplatz für digitale Infoprodukte und dementsprechend gibt es hier drei entscheidende Faktoren. Zum einen natürlich das Produkt an sich, also ein E-Book oder ein Videokurs, das ist natürlich der Ausgangspunkt Nummer eins. Dann aber genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ist der Kunde und letztendlich das Verbindungsstück, nämlich die Werbemethode. Also eine Plattform und eine Art und Weise, wie du den Kunden und Produkt zusammenführst und dafür dann eine Provision erhältst. Ja, und diese drei Faktoren schauen wir uns jetzt noch mal im Einzelnen an, wo du darauf achten musst, damit du hier wirklich Erfolg hast. Denn es sind teilweise wirklich nur Nuancen, Kleinigkeiten, an denen es scheitert, dass du keinen Erfolg hast. Beim richtigen Produkt fängt es an natürlich der Preis. Der sollte nicht zu hoch, nicht zu niedrig sein. Die Provision fair verteilt in der Regel 50%. Das Alter des Kurses oder des Buches ist entscheidend, gerade bei digitalen Infoprodukten, zum Beispiel über Instagram oder Facebook. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch eine positive Bewertung, also dass das Produkt an sich schon mal eine gute Bewertung auf Digistore hat und du dann davon ausgehen kannst, dass es gut ankommt. Beim Kunden gibt es auch gewisse richtige Kunden und falsche Kunden. Du möchtest auf jeden Fall den richtigen Kunden. Nämlich einen Kunden, der erstmal bereit ist, Geld auszugeben, also auch Geld hat. Und er muss ganz, ganz wichtig ein Problem haben, denn du kannst nur verkaufen, wenn du ein Problem löst. Und das Alte sollte natürlich auch passen. Er sollte nicht unter 18 sein, aber auch nicht zu alt, denn es geht hier immerhin um digitale Infoprodukte, die konsumiert werden. Dementsprechend sollte Tablet, PC und Smartphone kein Fremdwort sein. Die richtige Werbemethode. Erstmal ist es sehr erklärungsbedürftig, das Produkt. Das ist ganz, ganz wichtig, darauf zu achten. Dann die wichtige Plattform, also dass du die richtige Plattform für deine Zielgruppe und das Produkt nutzt und auch den Nutzen vor allem immer in den Vordergrund stellst. Du verkaufst kein Produkt, sondern du verkaufst Lösungen für ein Problem. Und dementsprechend musst du immer bei der Werbemethode darauf achten, den Nutzen in den Vordergrund zu stellen. So, jetzt haben wir mal die grundlegenden Sachen geklärt. Jetzt geht es ins Detail. Anhand eines Beispiels möchte ich dir das erklären. Und zwar einen Videokurs mit dem Thema Erfolgreich werden mit Instagram. Gibt es ja relativ viele Kurse und von daher nehmen wir uns das jetzt einfach mal als Beispiel. Der Preis ungefähr bis 50 Euro ist hier interessant für dich und auf jeden Fall 50% Provision, denn du möchtest ja auch gut bezahlt werden für deine Arbeit. Und sechs Monate alt sollte der Kurs maximal sein, denn bei Instagram ist es natürlich so, dass hier sich sehr oft was ändert und dementsprechend die Aktualität gegeben sein muss. Vier Sterne als Mindestbewertung sehe ich auch hier als realistisch, denn du möchtest ja ein gutes Produkt verkaufen. So, die Zielgruppe. Azubi, Studenten, Angestellte, Leute, die einfach schon ein bisschen Geld verdienen oder auch zumindest erwerbsfähig sind und dementsprechend auch Geld verdienen. Und Geld ausgeben können. Problem? Kein Erfolg auf Instagram. Zielgruppe 18 bis 30 Jahre. Also es gibt 18 bis 30-Jährige, die vor allem auf Instagram aktiv sind und dort erfolgreich sein möchten, um sich eben ein Nebengewerbe aufzubauen oder vielleicht auch hauptberuflich auf Instagram Geld zu verdienen. So, welche Werbeplattform wählen wir? Natürlich wählen wir in diesem Beispiel Instagram. Erstelle einen ansprechenden Instagram-Account. Dein Account soll Erfolg ausstrahlen, denn du möchtest einen Kurs verkaufen, der Erfolg auf Instagram garantiert. Dann fügst du einen Affiliate-Link zum Videokurs in die Bio bei dir ein, suchst mit Hashtags zum Beispiel nach dem Hashtag Influencerin, folgst passenden Accounts und likest und kommentierst drei bis vier Bilder. Das Folgen und das Liken sorgt dafür, dass du schon mal ein bisschen mehr Nähe aufbaust zu den Leuten. Dann schreibst du einfach freundliche und vor allem unaufdringliche Nachrichten an diese Personen. Persönliche und individuelle Begrüßung ist hier eine Pflicht. Eine Pflicht. Also dementsprechend, du musst immer auf jeden Fall darauf achten, dass du hier persönlich wirst und dass du auch das Ganze ohne Rechtschreibfehler machst. Dann kannst du zum Beispiel schreiben, guten Morgen, liebe XY, du hast ein tolles Profil, besonders das Bild aus Hamburg finde ich klasse, du gibst dir echt viel Mühe mit deinem Profil, hast dafür aber echt wenig Follower, hättest du gerne mehr Erfolg auf Instagram. Gar kein Produkt erwähnen, sondern einfach erstmal fragen und dann auf der Antwort aufbauen. Wenn sie sagt, ja schon, aber ich habe niemanden, der mich an die Hand nimmt oder ich weiß gar nicht, was ich da beachten muss, dann sagst du gleich, okay, hier, ich hätte da vielleicht mal in meiner Bio einen Link zu einem Kurs, der dir weiterhelfen könnte. So, prinzipiell, das war jetzt mal eine Methode. Wenn du an sich noch weitere Methoden suchst, um mit Digistore erfolgreich zu werden, kann ich dir einen Kurs empfehlen. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der ist wirklich sehr, sehr umfangreich und zeigt insgesamt fünf, sechs Methoden, wie du weitere Kunden werben kannst und auch gerade, wie du dieses Verkaufsgespräch zum Beispiel positiv gestaltest und da damit eben auch erfolgreich wirst. Das Ganze im Detail, mehrere Stunden Videomaterial und das Ganze für unter 100 Euro bei der Kurs. Und dementsprechend kann ich dir nur den empfehlen. Schau dir das gerne mal an, das Werbevideo dazu, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe mir den auf jeden Fall geholt und kann den wirklich nur äußerst empfehlen. Dort wird auch erklärt, wie du ein Gewerbe anmeldest und alles Mögliche einrichtest und dann letztendlich auch den Kunden über verschiedene Plattformen wirbst. Also wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ich würde mich natürlich freuen über den Feedback, den Daumen nach oben, gerne auch ein Kommentar und ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Erfolg beim Digistore24, Geld verdienen. Mach's gut, dein Flo Farrell. Danke. Danke.